Moin Leute, willkommen zu einem kleinen Video Star Wars Empire at War Forth of Corruption, ohne Mods. Interceptor, Geschwader meldet sich wie befohlen. Wir wollen hier rüber zu den Miden, um uns ein bisschen besseren Gäste zu snacken. Aufrüstung abgeschlossen. Gebäude wird errichtet. Aufbau beginnt. Aufrüstung abgeschlossen. Asteroiden voraus. Ausweichmanöver. Konstruktion abgeschlossen. Aufrüstung abgeschlossen. Aufbau läuft. Aufrüstung läuft. Station bereit. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Aufrüstung abgeschlossen. Bereit für eure Befehle, Sir. Aufrüstung läuft. Orbitalkommando verfügbar. So. Aufrüstung abgeschlossen. Aufrüstung läuft. Herr Wildstein rüsten wir schnell erstmal auf. Geschwader in Bereitschaft. Kurs eingegeben. Anweisungen empfangen. Raumstation beschädigt. Aufbau hat begonnen. Asteroiden voraus. Ausweichmanöver. Ich habe heute quasi... Konstruktion abgeschlossen. Aufbau läuft. Position geplottet. Konstruktion abgeschlossen. Wir wollen ja, sie sind nicht nehmen. Aspen ist halt erläutert. Auffrüstung abgeschlossen. Asteroiden voraus. Ausweichmanöver. Gebäude wird errichtet. Achtet auf freindliche Schiffen. Ihnen nach. Asteroiden voraus. Ausweichmanöver. Neu von mir! Verliere Energie! Ionenantrieb bereit! Für das Imperium! Konstruktion abgeschossen! Schätze geschwörter ein! Raumstation wird angegriffen! Zu Befehl! Konstruktion abgeschlossen! Aufrüstung läuft! Kampf bereit! Asteroiden voraus! Aufrüstung abgeschossen! Aufbau beginnt! Asteroiden voraus! Aufrüstung abgeschossen! Aufrüstung abgeschossen! Sofort! Wartner, die unbeschämt! Unterwegs! Aufbau hast du... Asteroiden voraus! Ausweichmanöver! Man verbietet, ich habe eine neue Facebook-Seite. Ähm... Also quasi selbst... Konstruktion abgeschlossen! Aufbau läuft! Asteroiden voraus! Ausweichmanöver! empfange nachricht einheit wird hergestellt aufrüstung läuft am station beschädigt aufrüstung läuft stammt verstärkt so dass wir sagen stellen wir jetzt hier aufrüstung abgeschlossen im kritischen bereich aufrüstung abgeschlossen astroiden voraus ausschweich manöver aufbau hat begonnen unser hauptantrieb ist ausgefallen aufrüstung abgeschlossen konstruktion abgeschlossen aufrüstung läuft gut dann würde ich sagen werden wir jetzt mal admiral throng erwiesen auf jeden fall für den firefight artikel 13 durchgesetzt wird da habe ich halt quasi facebook seite aufrüstung abgeschlossen das alle erst mal quasi merken verdammte misstkerl throng made raffi hervor produziert der artikel 13 so dass dann quasi ihr benach also aufrüstung abgeschlossen einheit wird hergestellt direkt weiter wie geschützt verfügbar verliere die kontrolle achtung er wendet komm 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 scherzer störe hier Ja, aber da muss ich ja gucken, wenn man sieht, wie es dann nicht wieder was ankommt. Ich kann nicht die Position wechseln. Ich bin der Kopf. Erfasse Ziel. Geben wir ihm den Rest. So, dass du sagen, schick mir die bei. Sternenzerstörer in Bereichen. Wir werden als Ziel erfassen. Konzentriert das Feuer auf den Schildgenerator. Sternenzerstörer hier. Befehl bestätigt. Zerstörung des Schildgenerators. Information. Referatur neu. Einsatz bereit. Erwarte Befehle. So, gucken wir genau an, wenn das Gegner ins Schiff kommt. Das ist ja ein Schiff. Oh, jetzt kommt der Fett in die Schiff. Und das ist ja so. Das ist ja so. Und das ist ja auch so. Das ist ja auch so. Gute rühlsame Wochenende, kurzes, knappes Video, wollte einmal informieren, dass ich heute auf Facebook habe, wo ich dann auch benachrichtigt werde, wenn was später hochgeladen wird, oder wenn irgendwo jetzt Probleme auftreten, ja also heute kann dann sogar ausnahmsweise vier, also heute kommen sogar ausnahmsweise vier Videos, einmal halt ein Video über Artikel 13, dann halt einmal jetzt das, wo ich auch sagen wollte, dass ich halt Facebook habe jetzt und falls Artikel 13 durch ist, dass ihr am besten alles da liked, also halt alle die Seite euch merkt damit, falls da was passiert und ihr weiterhin die Videos sehen wollt, weil ich mal eine Lösung überlegt habe, werde ich auch euch jeden Tag auf dem neuesten Stand halten, vielleicht mache ich da sogar noch ein paar kleine, ein paar kleine... ein paar kleine paar kleine Aufnahmen über Facebook, worüber geht, wenn Facebook weg ist, dann bin ich am Arsch. aber ich weiß nicht ob das verboten ist eine website mit einer schweizer ip adresse laufen zu lassen in deutschland das ding ist dann aber offiziell schweiz eigentlich bei einer schweizer ip adresse kann einfach danke fürs zusehen leute und bis zum nächsten video also in dem fall quasi eine vorproduzierte folge fortnet und eine vorproduzierte folge star wars bis denn leute checkt euch einfach mal facebook ab wenn es euch gefallen hat checkt facebook ab lasst ein abo da lasst ein like da abgebild loge und ciao